Hallo, ich bin Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 17. September 2021. Und es ist Hexensabbat. Es ist großer Verfallstag, jetzt zum Freitag. Es verfallen, anders als bei kleinen Verfallstagen, mehrere Produktgruppen und insbesondere eben auch die Futures. Also eigentlich die DAX Futures, beziehungsweise ist es ja, bezieht sich ja nicht nur auf den DAX, das ist überall so, auch in Amerika verfallen Futures und so weiter. Auch dort ist der Hexensabbat, auch dort rechnen Optionen und Terminprodukte heute ab, beziehungsweise jetzt zum Freitag. Und von daher hat der Name, dieser Verfallstag eigentlich seinen Namen daher, dass die Kurse wie von Hexenhand geführt werden an so einem Tag. Die Erfahrung der letzten Verfallstage hat über die letzten Jahre gezeigt, dass es eigentlich am Verfallstag selbst gar nicht so viel Bewegung dann gibt. Das ist oft an dem Donnerstag, Mittwoch vorher eben schon die Bewegung gewesen. Wenn wir jetzt aber schauen, was wir für Bewegung gehabt haben. Also, wenn ich mir das jetzt anschaue, was das für kleine, also da war ja definitiv in der Woche vorher mehr Bewegung als jetzt, als jetzt hier am Donnerstag und Mittwoch gewesen ist, ne, es ist ja nur Geschacher gewesen. Das ist genau zwischen den zwei Bereichen, die wir gesagt hatten, haben gesagt, oben 37, 57, da kann er zwischenrum springen und unten, ähm, 630, 5, 5, 6100 und 580, ne, so in dem Bereich. Und da sollte er einfach zwischendurch tanzen, eben bis er es nach oben aushebelt oder bis er es unten aushebelt. Das hat er aber nicht getan, er hat weder oben noch unten ausgeholt, einfach zur Seite geschoben. So, und wenn ich das dann jetzt hier sehe, mit dem Auf, das ist immer, also, das war eigentlich eher ein Vorlag, um unten rauszusprechen, rein aus der technischen Betrachtung her, ne, so von der Bewegungsform, wie er gefallen ist. Das hat aber nicht getan und das erhöht mir für den Freitag jetzt ein bisschen die Option auf der Oberseite halt, ne. Es ist jetzt nachweislich die letzten Tage immer wieder so gewesen, dass, wenn es offensichtlich in die eine Richtung gezeigt hat, von der markttechnischen Betrachtung her, er gerne auf der anderen Seite durchgegangen ist, deswegen machen wir uns auch heute wieder die Mühe gucken, okay, was wollen wir genau sehen, um oben rauszugehen. Was muss er jetzt zeigen, um dem technischen Erwartungsbild nachzukommen? Und zwar muss er über die 57 drüber, Punkt, aus, beißt die Maus keinen Faden ab, gelingt ihm das, kann er das stehen, dürfte er hier oben bis in die 800 reinlaufen, schafft er die 800, ähm, muss ich dann zeigen, wie er sich dort verhält, aber, ähm, er hat durchaus das Potenzial auch durchzuziehen und ich sag' mal, wenn er jetzt am Freitag durchzieht und er stellt sich hier oben in die 900 und die 940 rein, dann bekommt er am Montag fast einen Freifahrtsschein per Aufwärtsgrip, den Abwärtstrend zu brechen. Und das wird schon interessant, das wird schon interessant, weil nächste Woche gehen wir in den Endsport vor der, ähm, vor der Bundestagswahl rein und, ja, ähm, Fakt ist, ich gehe nach wie vor weiterhin davon aus, dass wir, wir sind noch in diesem Zeitfenster, was ich gesagt habe, großer Verfall, Bundestagswahl, dass wir durchaus Bewegungen hier sehen können und bisher sehen wir es ja gar nicht, also absolut nicht. Und natürlich ist auch die nächste Woche, nachdem der Verfall jetzt durch ist, die Bundestagswahl steht an, durchaus noch mal eine Woche, wo viel Bewegung kommen kann. Mir ist wichtig, jetzt zu beobachten, geht er oben oder geht er unten raus, weil dort wird sich die Bewegung letztendlich entladen, wo er rausgeht. Ja, und wenn er sich jetzt zum Freitag hier oben hinstellt, dann sollte man sich schundeln, nächste Woche dafür rüsten, dass er gegebenenfalls oben abhauen kann. Definitiv, definitiv. Dreht er sich runter und da sind wir jetzt bei der Fallkonstruktion, okay, wir hatten die letzten Tage immer mal wieder ein klares Bild auf der einen Seite, ein klares Bild, und das ist für mich ein klares Bild eigentlich jetzt nach oben zum Freitag, bestätigt er das nicht? Geht er gar nicht über die 57? Dann wäre das schon erstes Warnsignal? Geht er auch unter 6,50 durch, wäre das sogar fast ein Stinkefinger in die Richtung. Ja, also deswegen würde ich schon sagen, unterhalb von 6,50 zum Freitag wäre für mich das Überraschungsmomentum unten. Unten heißt Richtung Gap-Close. Jetzt bekommt der Gap-Close mehr Bedeutung, einfach weil er von der Zeitachse her langsam wichtiger wird. Also dadurch, dass der DAX nicht so schnell abgedreht ist, um das hier so aufzubedeuten, sondern sehr, sehr flach zur Seite gelaufen ist, dürfte die 5,50 etwas mehr Wirkkraft haben. Gehen wir also unter 6,50, würde ich erwarten, dass wir hier unten einmal drauf tippen auf die 5,90, jedenfalls kurz überreizen auf die 5,50, dann aber wieder die Stunde per 5,90 schließen, sodass wir bloß einen Schatten hier unten drunter bekommen, den Kerzenkörper aber hier drin halten. Und dann hätte er schon wieder eine Vorlage, sich nochmal ein bisschen zu stabilisieren und aufzudrehen. Geht aber unten raus, bleibt er hier stehen, schließt er unter 5,50, kommt dann die 5,10 und dann geht es hier unten runter. Das heißt, wie würde ich jetzt zum Freitag mich verhalten? A, könnte man sagen, okay, es ist Verfallstag, muss ich nicht unbedingt handeln, ist mir einfach zu blöd, ist mir zu heiß, muss ich nicht, will ich nicht, Freitage sind so und so oft Mistviechertage, dann noch in Kombination mit dem Freitag, muss ich nicht haben. Aber wir hatten auch schon mal, ich glaube, das war vor zwei Monaten so, oder vor, doch ich glaube, da kann ich mich noch gut erinnern. Da habe ich auch früh bei uns im Chat ganz, ganz, ganz viele gelesen, die gesagt haben, gerade, also ich erinnere mich zum Beispiel an die Anja, vielleicht erkennt sie sich auch wieder und kann das konkretisieren, vielleicht reicht auch bei uns im Chat dann, weil vielleicht kann sie sich da noch ein bisschen besser dran erinnern. Ich habe es bloß noch grob vor Augen, aber ich weiß, dass sie vorher tagelang damit zu tun hatte, immer wieder mit dem Problem Bewegung zu verpassen. Sie hat immer wieder gesagt, dass sie Bewegung verpasst. Also ich hoffe, ich verwechsel sie nicht, aber ich glaube, es war die Anja, dass sie immer wieder Bewegung verpasst. Und zum Verfallstag war der erste Tag, wo sie nicht versucht hat, irgendwo eine Bewegung auf Druck mitzunehmen. Und hat sich gesagt, nee, Verfallstag muss ich nicht haben. Und genau der, der hat eine schöne Bewegung nach unten durchgebracht und hat eigentlich eine richtig lange Bewegung rausgestellt. Also ich gucke mir das, ich gucke mir morgen so ein bisschen in die Kommentare rein, in das Stimmungsbild. Aber wenn natürlich jetzt alle sagen, ach nee, Freitag, Verfallstag, lasse ich bleiben, kann natürlich sein, dass das perfekte Ausbruchstag wird, weil ja alle überrumpelt und keiner sich so richtig dem Kerl über den Weg traut, weil er ja Verfallstag ist. Also ist jetzt ziemlich um die Ecke gedacht, bringt uns so auch jetzt erstmal keinen Vorteil. Aber wir könnten, wir können dadurch sagen, okay, geht der unter 6,50? Sollte ich vielleicht einfach mal gucken. Sollte ich vielleicht mal gucken und vielleicht auch kleinen Short probieren. Natürlich ist es jetzt kein sicheres Signal, wie aus einem Abwärtstrend heraus, wo ein schön Rücklauf macht und wo man richtig Druck drin sieht, das sieht man ja ja nicht. Aber ich würde schon sagen, unter 6,50 hat er schon Potenzial, sich langzustrecken und im Zweifel kann das nochmal so eine Bewegung werden, wie wir sie hier bekommen haben. Dass er die repliziert. Das ist möglich. Also gerade der Fall hier, der ist nicht so weit hergeholt. Und wenn er zum Freitag richtig durchschrote, dann kommt auch am Montag nochmal was hinterher. Genauso wie natürlich auf der Oberseite. Und von daher würde ich persönlich mich für den Freitag ganz offen, ihm gegenüberstehen, würde mir die 7,50 ganz genau angucken, würde mir die 6,50 ganz genau angucken. Was dazwischen passiert, wäre mir eigentlich so ziemlich schrille. Wäre mir egal, aber darüber würde ich mich glaube ich schon versuchen Richtung 800 zu orientieren. Richtung 8,40, 900. Und unter 6,50 würde ich mich ein bisschen auf die 5,90. Unter 6,50 auf die 5,90. Die 5,50, den Gap Close, die 5,10. Und wenn darunter das dann noch geht, dann würde ich mich auch für den Montag schon mal mental drauf vorbereiten, dass dann da auch noch eine Schippe hinterher kommen kann. Das ist manchmal nicht so einfach. Also so mit Freitag Short draufhauen ist nicht immer getan, wenn der Montag gerne früh nochmal nach oben anzieht. Aber so würde ich rangehen. Und von daher können wir das eigentlich jetzt hier zumachen. Brauchen hier nicht länger Zeit verlieren. Können auch kurz in den Tagesschat reingucken. Sehen aber auch, dass der uns nicht so richtig irgendwie ein Go gibt. Aber wir sehen auch, dass die 200 Taglinien halt auch, die kommt uns langsam schon entgegen. Die möchte gerne mal gekuschelt werden. So, 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 so. Und naja, wie soll ich sagen? Ähm, sie kommt uns entgegen. Also sollte der Dax hier unter dem Tief abhauen, das liegt ja bei 7,60. Wird es schon anpeilen. Warum nicht halt? Es ist der markanteste Bereich in jedem Chart mit 200 Taglinien. Und wenn der jetzt hier noch einen Tiefvolk reinkriegt, Tiefe hoch haben wir ja nach wie vor noch. Wir haben noch keine höheren Hochs. Wir haben noch tiefe Hochs drin stehen. Und drückt er uns jetzt hier noch ein tieferes Tief hinterher auf Tagesebene, würde das ein kleines Signal freisetzen hier in die Richtung. Na, ähm, geht er aber jetzt wieder hoch an die 9,40, knallt uns die höhere Hochs rein, bricht hier drüber. Auch dann ist natürlich Platz auf der Oberseite, um sich auszuzogen. Wir haben aber bis jetzt wieder das eine noch das andere. Können aber kurzfristig im kleineren Zeitframe uns einfach orientieren. 7,50, 6,50. Das sind die beiden Bereiche, wo ich hingucken würde. Habt aber trotzdem noch die Lehren aus den letzten Tagen, Wochen mit euch. Er ist momentan einfach gerne auch am Schwurbeln. Oder wie man das auch immer nennen soll. Es ist nicht immer genau das, was gerade offensichtlich aussieht. Deswegen hilft es trotzdem, auf die Kerzen zu gucken. Ja, man sieht es. Man sieht es, wenn er oben wegdreht. Man sieht es, wenn er sich anfängt, druckvoll von einer 7,50, 7,30 wegzuwerfen. Man sieht es, wenn er unten plötzlich druckvoll auftreibt, wenn plötzlich lange grüne Katzen wieder reinkommen. Das kann man für sich nutzen. Also mittelfristig, übergeordnet, noch kein Signal. Untergeordnet könnte man sich einen kleinen Vorteil verschaffen, um früher ins Signal reinzukommen, bevor erst mal das Signal überhaupt entsteht. Und das sind die beiden Punkte. Fertig. Die würde ich beachten. Ich würde auf die 800 genau gucken. Fühle mich hier schon fast ein bisschen schlecht mit diesem Pfeil. Nicht ganz so wohl. Wird ihn aber jetzt erst mal drinnen lassen. Das ist eine alte Analyse gewesen. Da soll man nicht zu doll rumrühren. Ja, aber die 800 wäre für mich wichtig. Die oberhalb von der 7,50. Die würde ich mir genau angucken. Und ansonsten sehe ich halt erst wieder dann, ja, 900. 905 so in dem Bereich. Ja, und unten, glaube ich, hat das Gap jetzt mehr Bedeutung, wie es gehabt hätte, wenn es jetzt ein paar Tage vorher schon gekommen wäre. Ja, das kann bestimmt ein bisschen gegen zocken. Und die 5,10. Ja, gut. Und damit machen wir das hier zu. Ähm, auch wichtig ist, der DAX kriegt jetzt seine 10 Tage übers Wochenende reingefüttert, glaube ich. Also ich meine, am Montag müsste er dann mit 40 Werten drinnen eröffnen. Ähm, wir haben schon in einigen Videos drüber gesprochen. Ich wiederhole das jetzt nicht nochmal alles. Ähm, grundsätzlich hat das aber erst mal keinen direkten Einfluss auf unseren DAX, ne, weil sich nur die Gewichtung der Werte untereinander ändert mit den Neuen, die reinkommen. Ja, DAX kriegt aber jetzt nicht die, die Werte obendrauf quasi gepulvert, sodass das jetzt irgendwie 3000 Punkte höher stehen muss am Montag, ne. Also das sehe ich nicht. Aber es gibt trotzdem Marktteilnehmer, die das nicht wissen, denen das nicht klar ist und die vielleicht auch Positionen machen oder, oder reinkaufen, weil sie glauben, der muss jetzt steigen, weil da mehr Werte drin sind oder. Also da, ich kann mir das schon vorstellen, dass hier ein bisschen, also das Freitagmond, so wie der Donnerstag, Mittwoch habe ich noch nicht gesehen bei einem Verfall. Bei einem großen Verfall, so wenig Bewegung habe ich noch nicht gesehen. Und irgendwo muss da jetzt noch was kommen halt, ne. So, das ist ein bisschen, ein bisschen auffällig. Ruhig. Zu ruhig. Zu ruhig ist mir das. Für die Wetterlack ist mir das zu ruhig. China brodelt alles. DAX wird gepuncht. Hat man noch nie gemacht im DAX. Erstmalige, äh, ich sag mal Versuch. Kleines Versuchskaninchen im DAX. Ähm, in anderen Werten hat man das schon öfter mal gemacht, ne. Ich glaube, der Tech-DAX wurde schon mehrfach überarbeitet. Ähm, im DAX ist das Premiere. Und dazu kommt Bundestagswahl. Großer Verfall. Also, da fresse ich ein Besen, wenn wir nächste Woche immer noch in dieser Range stehen. Also, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Na, gut. Ich mache jetzt hier zu. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Und dann hören wir uns, ähm, Sonntag wieder. Für das Video dann zum Montag. Bis dahin. Viel Erfolg, gutes Gelingen. Und bis Sonntag. Tschüss.